Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu AmokTwees mit mir in den Kabinen und wir haben heute zwei Sachen vor und zwar, also erstmal möchte ich das Geweckshaus irgendwie fertig kreieren das heißt wir müssen wieder Piepen suchen gehen, also das übliche und ich will mein Grundproblem beheben, also versuchen, also ich will mir einen Rucksack machen und ich habe endlich geschafft hier die Sensibilität einzustellen, ist das nicht krass? finde ich schon, so für den Rucksack brauche ich Garn, dazu brauche ich das Zeug das haben wir in der Nähe vom, äh, von dieser Lichtung gefunden, äh, diesen, ne, ihr wisst schon oh, ist das schön gelb, wald, hm, genau, da müssen wir hin und vielleicht finden wir unterwegs ein paar Piepen das Dumme ist, ich habe immer noch keine Möglichkeit, das ist ganz schön laut, das muss ich, ich muss das so runterreden und das geht nicht anders alter Feiter, alter, ich, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, hier die Sound-Einstellung wegzulassen ach, für was den Sound-Einstellung, okay, Mensch gut, äh, ach übrigens, äh, ich teste heute was also, erstmal muss ich mir hin, das ist nämlich schon wieder nacht, ich habe gerne nicht drauf geachtet ja, ich versuche nämlich gerade mit, äh, Nvidia RTX Voice aufzunehmen also, zusätzlich aufzunehmen das soll nämlich die Hintergrundgeräusche rausfiltern und das soll ja ziemlich gut, also quasi wenn sie bohren dürftet ihr überhaupt noch davon hören weil ich habe nämlich Test gesehen, da hat einer das angehabt und zum Test hat er Staubsauger, volle Möhre, angehabt und du hast den Staubsauger nicht gehört du hast den ersten gehört, wo er das Ding deaktiviert hat total krasses Ding, also, ich probiere ihn aus vielleicht ist es doch unsere Rettung, also, vielleicht kann ich denn so, äh, mein PC ein bisschen finden also, ich würde mir erst mal sagen, ich, äh, ich, äh, gerade erst mal hier angekommen und gleich erst mal heiern, das ist schön na dann, kurz Nächte ach, schön, ja, ein bisschen abgerunzen ja, ist das schön oh, ich hasse das, oh, alter, mein Rücken ah, alt und, oh boah, viele zu kurze Nächte äh, yo ein bisschen Jippchen, äh, hilft, wa für die alten Knochen ich glaub, ja so sag mal, kann ich die, äh, weil kochen kann ich ja damit nicht was soll ich noch damit kochen ein Tee ditte ich würde damit ein Tee machen also, so, Zuckerersatz und so, wisst ihr so, aber was soll ich mit ach, den kann ich so essen der gibt, gibt Lebensenergie Wärme und ein bisschen Nahrung das ist halt zu schade obwohl ja, komm, ich nehme das mit was soll's, warte, ich habe, habe ich Kabin und hör jetzt auf zu rennen der Seite ist Not es ist Not tu nicht Not hm, Scherz so oh, den sammeln ich mal ein das könnte sein, dass wir den die nächste irgendwann mal brauchen oh, ja okay, wir mal gucken, ob die Piepen noch von nachgewachsen sind aber das dürfte eigentlich ja nicht sein, weil wir waren ja letztes Mal hier gewesen äh, die schönen Kisten geöffnet what the fuck war dit ein Reihenfall da blieb was, das ist ein Seil ist keine Piepe ist ein Seil das ist ein Stahlseil dit ist ja nie so schlecht dit ist aber nie dit war verbrauchen los gib uns dit war verbrauchen sofort hm hätt ja funktionieren können aber das ist eine Kiste vielleicht ist da eine Piepe drin es könnte sein vielleicht da ist wirklich eine Piepe drin es wird ein schöner Tag hey du Hase lauf noch rum bis jetzt bist du frei noch du siehst so lecker aus so ich würde mal sagen machen wir den erstmal da hin weil dann können wir nämlich nicht rennen äh dann können wir nämlich gleich äh das Weg fliegen mit in der Klappe weil dann können wir erstmal kicken dass da vielleicht äh im nächsten Lager dit ganz so gespawnd ist vielleicht können wir da an die nächste Bietung hallo Big Mites und wir kriegen dit die Größe und dit ist gut vielleicht finden wir auch noch ein bisschen was zum Essen dit wär richtig knufte weil äh sonst könnten wir die nächste hier vom Moos oder von Steine ernähren naja steinemäßig ich weiß nicht also bei den Survival wenn du duscht hast sollst du ja auf dem Stein rumlutschen wegen Speichel und so ne ja vielleicht funktioniert dit ja hier auch da ist ein Baumpilz da kann ich gucken ein Cookie aber nur Water so äh bin ich denn hier noch richtig natürlich nicht ich geh natürlich in die falsche Richtung what the fuck die Anzeige ist für den Arsch ist zwar schön und gut dass der das uns anzeigen tut hier äh da bist du aber äh richtungsmäßig ist es schon ein bisschen schwierig das kann ich denn jetzt nicht zurückbogen na toll wir sehen et löft et problem löft weiter Kabinen und Karten lesen dit is überhaupt nicht gut ein Pilz dit is schön und ne Böwe gut und na Nickel soja zwinan geht's hey das war vorhin bloß ein Witz ne ihr müsst jetzt nicht euch zusammenrotten obwohl macht mir einfach euch zu suchen so ein Blätschen ein Müschen das hört sich schwierig an ich wollte Moos sagen ich wollte verniedlichen und äh könnte man missverstehen so kann doch nicht schon voll sein oh doch Kabinen oh doch gut ich würd mal sagen Moos war gestern ja ne äh so Fretten ist ja wichtig aber eigentlich bin ich ja wegen Piepen und so unterwegs war und äh wegen die Größe das ist nicht gut ich glaube wohl eigentlich sollte unsere erste Regel sein Rucksack hier unsere erste Quest Mission Mission Completed sollte eigentlich ein Rucksack sein ich glaube den brauche ich sag mal ich hab doch schon mein Standpunkt gewechselt ich bin da ich hab mich da da hinten umgedreht und bin in eine Richtung gelogen warum lofe ich denn jetzt trotzdem weiter runter ich glaube das ist hier Bermuda Dreieck nur nicht auf Wasser oder so da ist noch mehr Moos oh heiliger Moos ich weiß ohne dich ist nix los hiep 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 Piepmalz. Macht er. Naja. Da ist ein Ast. Den lache ich mir gerade ab. Jo, den habe ich ja noch ja nie gemacht, Mensch. Ich wollte doch eigentlich heute... So, da ist Berg. Wenn da Berg ist, muss ich da lang, Karbin. Das weißt du, ja? Weil ich will ja nie noch weiter runter. Das ist genau das Gegenteil. Also muss ich da runter und das ist da lang. So. Problem gelöst. Aufig. Ich bin mir nicht so sicher. Naja, sind wir ja fast offensichtlich zurück. Können wir uns gleich mal noch mal ein Süppchen kochen. kochen mit Karbin. Und, was machen wir heute? Wir bereiten heute noch ein Süppchen. So mit, äh, Rübe. Rübezahl. Und so, ne? Werden wir heute machen. Apropos Rübe. So. Oha. Da waren wir noch ja nicht. Denken wir jetzt erst auf. Das bedeutet, das könnte auch hier Essen sein. Hier könnte auch Essen sein. So. Hört sich besser an. Ein Ast. Mit ein paar Blätter. So, das ist, äh, felsig. Was für ein Mordskrawanz, man. Das heißt, äh, wir sind schon mal richtig. Ich brauche es bloß hier rüber, dann über das Wasser und dann der Kutscher kennt den Weg. Aber geht mal, da ist Ditte. Und Ditte. Das ist die Kiste. Ich meine, es sind zwar Kisten, aber, äh, was willst du machen? Du nimmst das, was du kriegst, Karbin. Ist das klar? Warum gedrückt halten? E mal E drücken reicht doch. Mitnehmen. Mitnehmen. Ach, was soll jetzt? Jut, jetzt haben wir wieder ein Problem. Nö, haben wir nicht. Ich, scheiß auf Papier. So. Dit ist jetzt nicht mein Lukus. Nimmig. Da ist noch ein Schnürchen. Na toll. P-Pen. Ich brauche P-Pen. Es ist eine Schnur. Schnur. Nur Schnuren. Noch eine Schnur. It ist doch... Wo ist er? Ganz ruhig, denk. Komm an, das tut. Dit Leben mag dich. It ist heute, et. Bisse schwerer. Aber es ist gut. Dit Leben ist gut. Platsch, platsch, platsch. Oha. Krass. Da unten. Waterfall. Ein Waterfall. Da geh ik jetzt hin. Davon wil ik nämlich een Bild haben. Ist dit geil. Cool. So. Und das krass ist ja mal meistens sehr... Oh, Alter. Ist dit laut. Äh, dahinter. Ein Versteck. Pass auf. Ist ne Bärenhöhle. Und denn tot. Alter. Trommelfell. Ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Oh, mein Pex. So. Und schon wohl da ist dit Inventar voll. Ik find dit gut. Aber ik kan dit gleich mal essen. Ich will die Bäre nicht essen. Wenn ik nicht sein muss. So. Ik bin jetzt aber da lang gegangen. Ik muss da eigentlich da lang. Aber ik glaub hier oben waren wir noch nicht, ne? Oh. Bis jetzt aber auch nicht, wo ik sagen muss. Oh. Oh, schön. Schöner Berg. Abhang. Gabi. Ist ein Abhang. Ja, ist aber auch ein Berg. Ist ein Bergabhang. So. Dann ist da der nächste Wasserfall. Da ist ne Rübe. Und, äh, danke nochmal für den Tipp. Aber, äh, wie gesagt, hab ich ja alles schon selbst rausgefunden. Und das ist eben halt, äh, Kochkunst und so, ne? Äh, äh, verschiedene Stats und so. Ik, ik wies net. Aber trotzdem danke für den Tipp, ne? Das ist, äh, die ist schon wieder nacht. Gut. Ik würd mal sagen, den Tag haben wir heute richtig gut verbracht. Wir haben dit geschaffen, aber wir wollten. Überhaupt nicht. Wir machen aus unserer Suchaktion einfach, wir wollten einfach plus Essen. Besserung. Genau. Dann ist dit kein Fehl. Dann ist dit so gewollt. Hey. War immer so schlecht. Na ja. Gut. Ik würd mal sagen, den holen wir euch nochmal schnell, äh, kochen wir euch schnell nochmal und dann machen wir nochmal eine Suppe und dann, äh, ja, möchten wir nochmal los. Okay, also die erste Mission, Essen besorgen, ist erledigt. Dann müssen wir dann bloß noch, äh, wie gesagt, los, äh, wegen dit, die Strippe. Scheiße. Zack. Den größeren Rucksack. Ich will dit größte, wat da ist. Aber brauch ik bestimmt, äh, ken' Ahnung. Stahl, den ik hier nicht findest. Aber ik kann erst mal Pieper und... Äh, dann kan ik... Ik kann die Garten bauen. Nee, für die, äh, für dat Blech brauchst du dat zweepieken, ne? Ik blof dat zu, brauchst du dat zweepieken. Piepel, oh, Piepel, so. Ik wies dit bedeutet wat anderet. Bin ja nie doof. Aber, oh, wie kommt mir dat irgendwann in de Kopf? So. Seid dat zweepieken und schrauben brauch ik. Verdammt noch mal. Ist aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Aber ik hab schon mal eene. Alter, der PC, der spielt schon wieder Turbine. Ey, dabei haben wir doch bloß in meiner Wohnung 30 Grad. Angenehm sei ik nur. Ja, wie sagt Dachwohnung und, äh... Ik dauert nicht lange, denn ist immer hier, äh, richtig schön mollig. Mollig. Ja, schmeißt dat eins in drin. Juh, machst dat. Ekwes. So, da ist Moos und Fretten. Aber ik werd dat gleich verarbeiten. Und dat saad. Saad. Gut. Sag mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich brauch Stoff, ich brauch Schnur, ich brauch die Größe. Und davon soll er 6 Stück, Alter. 6 Stück. Holla, die Waldvieh. Gut. Wir werden mal den Rest des Tages... jut nutzen. Ich werd mal jetzt ein bisschen was brutzeln. So. Hier ne Beere. Ich will nicht aber, dass es voll füllt. Obwohl. Wir machen ja immer meistens auch nicht komplett leer, wa? So. Ich schmeiß es voll. Na komm. Jendier. Du ist komm. Ach, im Winter ist voll stummt. Da war ja was. Äh. Hallo. Machen Sie bitte auf. Danke. Jut, ich schmeiß die Piepen und so. Das warte ich nicht. Ich brauche erstmal darin. Einziehen. Versteht sich, ne? So. So. Das ist natürlich ein Problem. So. Dann machen wir dasselbe nochmal. Mit Beeren. Ich muss da mehr machen. Warum muss ich? Sterben muss ich. Gut. Das ist für Lebensenergie. Zum Hochheilen. Wisst ihr? Ich wünsche mir, dass die anderen noch unterschiedliche Symbole hätten. Das wäre cool. Aber naja. Butney ist es eben halt nicht. Wisst ihr? Da machst du erstmal eine Schu... Aber so kriegen wir erstmal schön Essen zusammen. Ich bin der Kucki-Meister. Oh ja. Meister. Meister. Ihr Baum-Ding. Ihr Baum-Ding. Ihr Cellulose-Ding. Das ist ein glück. Gut. Äh. Warte mal. Ich muss mal kurz zu die Essenskiste oben hin. Alter. Das ist nicht so einfach. Äh. Warte mal. Ich mach das mal anders. Aber so weit von. Ich mach ja noch eine Suppe unten. Die kann ich dann jetzt essen. Bevor wir heilen. Ja. Ist doch gut. Du kriegst doch gleich was. Warte noch mal ein paar Sekunden ab, Junge. Siehst du? Alles schön. Suppe ist doch fertig. Ich will. Gönn dir. Halb voll. Äh. So. Flup. So. Und wir haben uns für Frühschwurfeben. Ich würd mal sagen, higher time. Na denn. Und die kann so schlecht schlafen. Naja. Ja, gut. Ach so. So. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio das ist nahrung ich nehme jetzt warte mal dann mache ich das hier auch noch in dem bräuchte nämlich nicht wo es hat doch schon jetzt schon gut los los zeit ist hier kostbar karmin speicher noch mal ab so abgespeichert ist wieder der wieder so wir müssen da lang loben ist aber nicht wissen und kabi nicht rennen doch nicht doch nein doch doch nein vielleicht bitte nicht beides an kreuzten ich würde erstmal sagen genau hier folgt mir ich weiß wo ich lang muss also meistens vielleicht würde ich nicht unterschreiben so da ist das wasser da muss ich da lang und dann sind wir fast da ich weiß doch wo ich lang muss für was braucht ne karte ne karte ne karte die ist nämlich schrott in meinen händen so ich können wir jetzt wieder mitnehmen ich habe ja ein bisschen platz erst mal ist die dagegen geknallt oder was macht ich mal ganz schnell vom acker ist mein pilz ich hab ihn zuerst gesehen da ist noch so ist aber nicht etwas verbrauchen so da ist bitte pieten pieten erst mal kicken vielleicht sind ja welche da und eigentlich nicht rennen aber ist mir jetzt egal kostet alle zeit mensch leute habe ich nicht wir essen zeitig das ist noch nicht bei loben so so jetzt haben sie verteilt das sind hier hochbeeren so es sieht nicht so piepig aus das ist da sind zwei kisten vielleicht haben wir ja glück vielleicht habe ich glück eine küste niegel es sind niegel verdammt nochmal wow genau das habe ich mir wünscht niegel ja leckst mich doch am puppe ist so jetzt kann ich noch piep mal einsammeln und dann schon mal da ist äh und deswegen brauche ich ein größeres inventar du musst dann weichen muss es tut mir leid wahrscheinlich ist muss äh wichtig wahrscheinlich sehr sehr wichtig und ich schmeiße weg naja so gut ich brauche wenigstens den rucksack pass auf dann kriegst du zwei plätze also ich bin der meinung das haben wir je gefunden also wir sind nämlich äh bei der lichtung dann weitergelaufen und dann war bei der lichtung das die größe ah weil das ist die einzige stelle wo ich mich dran erinnern kann dass da so ein zeug war ich wüsste denn nicht mehr wo sonst noch sowas war kann ich mich nicht erinnern alle weg muss hier gewesen sein lass mir jetzt nicht den Schluckpartner ich kann da einfach äh ne Lebensenergie nicht ich mach mal hier erstmal das klop ich hab gedacht das war hier da ne verdammt nochmal das ist genau dasselbe das sieht genauso aus nur äh was ich suche ist grün oh nö na toll versuch das mal jetzt zu finden und jetzt fängt auch mal an zu regnen es ist nicht mein Tag da ist ein See ich hab einen neuen See gefunden schön für den See aber bringt uns jetzt erstmal ja nichts wird gewittert wird gewittert naja wir sind ja im Wald also sind wir nicht der höchste Punkt also alle die es kann nicht passieren es kann doch nicht so schwer sein das die Größe zu finden ja kann doch siehst du doch okay gut es kann doch nicht sein dass es bloß bestimmte Punkte gibt wo es sowas zu finden geht das ist ja eine Frechheit da ich hab immer so'n da da ist die Größe ich hab's hier gefunden oh schön die Größe eins pass auf dann sind bloß Fülle zwei aber ich hab eh ihn zu Hause ich hab's hier gefunden ich wusste ich wusste ich wusste dass es hier ist quest completed und das Inventar ist voll aber sowas von wisst ihr was hier gönn dir erstmal ditte ich werd wahrscheinlich für den das Regnerrucksack den Boden brauchen ist das ein Sauwetter pass auf hier ist er blitzt hab ihn tot ich weiß jetzt ja nicht ob hier da noch mehr von dem Zeug ist dass wir schon mal hier sind bis da hmm ups ich hab ja nicht auf die Uhr geachtet ach Mensch ich werd mir das nie merken Leute wir müssen erstmal hier unter der die ist so richtig schön Regenschutz ich geh mal hier unter so wir machen jetzt erstmal Feierabend äh ich hoffe das hat euch trotzdem gefallen ich schwöre sollten wir jetzt nicht sterben werden wir in der nächsten Folie einen Rucksack machen ist das nicht krass und vielleicht finden wir jetzt noch eine Piepe und das wäre ja ein richtiger Abwasch dann würden wir nämlich auch noch äh zusätzlich äh das Gewächshaus bauen können wir brechen der Zeit noch von dran äh an wollte ich sagen naja ok bis dann tschüss an 2 gibt da ha es ja les